Ja, 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 das machen wir. Blablabla, blablabla. Kann doch nicht sein, dass ich das selber machen muss. Was wäre das denn für eine Zumutung? Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Der Spooktober ist offiziell vorbei und jetzt geht's wieder los in unserem normalen Rhythmus mit unseren normalen Spielen. Yay! Ja, bevor wir rein starten, sei auch erstmal gesagt, wenn euch der Spooktober-Content gefallen hat und wenn ihr auch häufiger mal Horrorspiele sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde nicht nur Horrorspiele auf diesem Kanal spielen, habe ich auch schon während des Spooktowers gesagt. Aber ja, wenn euch das interessiert oder falls euch so ein Content gefällt, dann werde ich ihn auch mal häufiger in die Playtime einplanen. Denn mir gefallen persönlich Horrorgames, nur ich will sie nicht 24-7 spielen. Ich möchte ein bisschen diverse bleiben und eigentlich so alles spielen, was mir so unter die Finger kommt. Denn das macht mir am meisten Spaß, wenn man viel Abwechslung hat. Gut, soviel dazu. Dann ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt rein starten wieder in unser Playthrough. Ich krieg 20 Millionen Achievements und eine Leiche, wenn ich... Ja, gut, guten Morgen, wir sind wieder da, ne? Äh, ja, letztes Mal hatten wir ja die Talking-Talking-Walking-Zombies freigeschaltet. Ich sag Talking, weil da war gerade eine Achievement mit Talking. Komm mal her, Leiche. Wir präparieren dich. Ähm, wir müssen das Blut entnehmen. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau alles entfernt werden muss. Ich glaube, Fett war auch nicht gut, ne? Fett muss auch raus. Ich glaube, alles andere muss drin bleiben. Ich frag mich nur, warum wir dann ein Minus haben, aber keine Ahnung. Naja, gut, die Leiche verbuddeln wir jetzt erstmal, die ist eh nicht so toll. Denn wir müssen ja auch ein bisschen den Friedhof aufwerten. Und alles drumherum. Zack, hier wird gebuddelt. Rein mit dir und zugemacht. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo noch irgendwelche Sachen, mit denen wir das gerade dekorieren können? Das sieht nicht danach aus. Ja, das heißt, wir müssen welche machen. So, wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn hier? Wo mache ich denn überhaupt noch mal Sachen? Hier, nein, äh... Oh Gott, ich habe alles vergessen. Hier. Toll, wir haben... Wir können nur eins von beidem machen. Machen wir erstmal das hier. Und dann müssen wir ein paar Steine bekommen. Es wäre so schön, wenn wir dafür die Zombies beauftragen könnten, aber ich konnte noch keine Steinmine machen. Das wäre jetzt wirklich hilfreich. Weil Steine brauche ich eigentlich mehr als Holz. So, jetzt wollen wir noch den Fens machen und den dann auch direkt wieder zu unserer Kirche bringen. Wir haben auch Tag des Rituals. Das heißt, wir können, glaube ich, mal eben schlafen gehen, damit wir wieder volle Energie haben. Und dann können wir das Ritual abhalten. I'm so refreshed. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was überhaupt unsere ganzen Quests sind, weil ich habe das ehrlich in dem einen Monat, wo wir dieses Spiel nicht gespielt haben, alles vergessen. Aber sei es drum. Keine Person da, die eine Confession machen will. Unglaublich. Start praying. Wir haben immer noch nur das Normal Prayer, aber sei es drum. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir demnächst ein anderes machen können. I'd like to say a few words. Our church is great. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Und dann gibt es hier noch ein schönes Blessing. Alle freuen sich. Und dann gibt es ganz viel Money, wenn sie nicht alle so knauserig wären. 99 Kupfer. So. Erstmal den Fens. Und dann noch das Grab. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir mal hier. Known NPCs. Wir haben 10 Millionen Aufgaben. Get the key von Gary. Raft a Spirit Laser to switch on the portal. Ja gut, das sind diese Main Aufgaben. Try to find out what the Gypsy Baron knows about Esmeralda. Okay. Ja, die sind ja alle so ein bisschen ineinander verstrickt. Und Horadric brauchen wir die. Genau, aber dafür müssen wir mit seiner Frau sprechen. Die Frau will diese Weil. Und für die Weil. Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie alles ineinander verstrickt. Wir müssen irgendwie die Flyer für den Inquisitor bekommen. Das ist anscheinend eine der Main Aufgaben gerade. Und wir können irgendwie mit Cresswold sprechen. über irgendwas. Dann gehen wir doch mal ins Städtchen hinein. Und schauen, was der Schmied uns so zu sagen hat. Ja, 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 das machen wir. So, kann ich mit dir irgendwas besprechen? About the trip to the town. Cresswold, where did you go with Horadric last week? The break of my workday is over. It's time to have a nice fat steak. Why are you always so unfriendly? Look, my life was hard and boring. The damned contract. I always thought the living was an interesting job. Swords, Spears, Shields. But now I'm forced to make the opposite points for her Rhetoric scene. Hmm. How can I get him to tell me? Your life is hard. I feel for you. Really? I don't believe it. But thank you anyway. Look, how Rhetoric purchased a new perfume for his wife. Their wedding anniversary is coming up. It's a surprise for her. Okay. Können wir ihr das jetzt einfach sagen oder müssen wir ihr trotzdem noch das Perfume bringen? War das Haus hier schon immer da? Das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen. Obwohl, ich bin... Ich dachte auch irgendwie, das hier wäre die Taverne. Never mind. Aber... Ich sage ja, ich bin verwirrt. Ich muss erst mal wieder ins Spiel reinkommen. I'd better talk with my husband. He's in charge here. Food has been delivered. Und tell her Rhetorics secret. Rhetoric said that Rhetoric bought a new perfume for you. It's a secret. It's Countrel. He doesn't like my usual perfume. I'd rather that he'd taken a mistress. Thank you, Statuette. I'm gonna give you my peace of my mind. Oh no. Lolo. I think I'd better get out of here. Nee, ich will das mit anhören. Popcorn. Wo ist Popcorn? Ja, sie will immer noch das Perfume oder von ihr will ich das Perfume. Und sie will dafür 12 Frische. Von denen ich immer noch nicht weiß, wie man die fängt. Wer wollte die Statuette? Ich brauche auch noch Bier für den Keller. Ein Silver Star Pumpkin. Dex Motten. Weiß ich auch noch nicht, wie man die fängt. Wofür habe ich denn jetzt die Statuette besorgt? Ach doch, Gary will sie haben. Okay, dann bringe ich sie halt Gary. I guess. Gary, ich habe was für dich. I got the Statuette. Strange, it looks familiar. It's that man with the red eye. And what now? Put it right there. Under the screen with the buttons. Gently, gently. Ready? Okay. Push the lever. What the fuck? A long time ago, the ancient god created the sky, the earth, wheat whiskey, and three priestess sisters to serve him. And he liked so much that he created priests and legendaries and many other people to serve him. The people were fools. They knew nothing and could make nothing. But the ancient god was generous and he gave the people homes, food, water, clothes. And after death, their souls would float across the ancient bridge and on through the land of the dead. But like all great stories, I've spoiled everything. Blah, 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 blah. Ha, ha. What the fuck erfahren wir jetzt für eine Geschichte? Are you playing hide and seek, my red head birdie? Think ein bisschen wie her rhetoric. Okay, das sind die wahrscheinlich auch. I'm here, but I grow tired of birds and rabbits and frogs. Oh, I get it. You want to be my kitty? Grrrr. Kitty, hurry, dear. You know what I mean. Well, yes. Just tell me which animal you'd prefer and I'll... Oh, my god. Do you not know that I'm a priestess of the ancient god? Yes, I know. And he chooses destiny for each of us. Of course. And he chooses me to serve him. Oh, it's all for nothing. We can never be together. Oh, but my dear chain. I entirely disagree with... Someone's here. with the last sub-item we can... I hope he had Okay, Klaus Leonard. We'll be together. I swear it. Hurry, wait. Even the ancient god won't stop me. Glitch, glitch. Okay, Herr Roderick hat alles kaputt gemacht. Der hat die ganze Welt zerstört. Yay, it works. Amazing. Wow. Look at the date. That was... 210 years ago. I say, die Leute sterben hier nicht. Wo kommen überhaupt die Leichen her? How could we have seen Roderick and Shane there? Yeah. They must be a little older than they look. Maybe they use cosmetics? And live a healthy lifestyle? By the way, you can watch scenes more than once. Let's go on. So, the next one is an ancient wine flask. And Adam owns it. Or the farmer's son. Or the miller. Now, it's just static. You'll need to check all the people I mentioned. What should I do with the statuette? Keep it under my pillow? Why not? Or build a special case in your tavern and put it there. Lots of people go crazy for ancient junk. Some might even pay to view it. Graveyard Keeper, Garden Keeper, Tavern Keeper and now Museum Keeper. Ja. Das Spiel gibt mehr als es verspricht. Wieso haben wir kein Geld? Wir haben Besucher. Ich weiß, wir haben nichts zu verkaufen, aber wir haben Besucher. Cabinet with Artifacts. Hier brauchen wir 8 von diesen großen Holz, 18 von diesen kleinen und 36 Nägel. Dann schauen wir doch mal. Aber irgendwie bezüglich der Frösche und der Motten und sowas. Ich glaube, irgendwie wir bräuchten so ein Insektennetz für Frösche, okay. Aber halt irgendwie wie so ein Kescher, womit wir die Sachen fangen. Ich weiß nur nicht, wo wir den herbekommen. So, und jetzt brauchen wir 18 Stück hiervon. Wahrscheinlich noch mehr, weil wir auch noch andere herstellen müssen. Da kommt der Zombie mit neuem Holz. Der hat direkt gewusst, das Holz wurde verarbeitet und da bringt er direkt Neues. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt welche hierzu noch abstempeln könnte, aber ich glaube, das muss ich erst mal erlernen. Na ja gut, out of energy gehen wir erst mal schlafen. Good night. I'm so refreshed. Von daher arbeiten wir jetzt einfach mal durch. Die 18 Planks hier hätten wir, aber ich glaube, ich brauche auch die Planks. Ach ne, ich brauche einfach nur Beams. 8 Stück brauchte ich davon. Kann ich auch machen. Kriegen wir hin. Die Baumstämme werden ja eh neu geliefert. Optimal. Und jetzt brauche ich noch ganz viele Nägel. 36 waren das. Ich habe 11. Und dann haben wir schon wieder keine Energie mehr und können auch wieder direkt schlafen gehen. Am nächsten Tag kommt der Händler, aber mit dem möchte ich mich immer noch nicht verstehen, auch wenn ich das wahrscheinlich früher oder später muss. Deswegen ignorieren wir ihn erst mal. Da kam anscheinend eine neue Leiche rein. Ich bin so refreshed. Dann wollen wir uns auch direkt mal um die Leiche kümmern. Wie geht es denn dieser Leiche so? Die ist schon besser. Dann entfernen wir Blut. Dann entfernen wir Fett. Und dann könnten wir tatsächlich überlegen, ob wir den als Worker einsetzen. Aber ich glaube, ich habe gerade nichts, um hier das Ding herzustellen, oder? Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo man das genau herstellt. Irgendwo da oben an der Irgends, glaube ich. Warte mal, ich gucke mal eben. Das ist ja direkt hier oben einkommen. Obwohl, wir haben noch Zombie Juice. Dann nehmen wir das doch mal. Das andere können wir in der Zwischenzeit hier rein. tun. Wir haben auch ein Alchemy Recipe, wo wir auch immer das her haben. Ich weiß gerade nicht, ob wir noch irgendwas anderes brauchten, aber keine Ahnung. Wir beleben einfach mal noch einen Zombie wieder. Ach, und wir brauchen zehn Faiths. Davon haben wir aber genug. So könnten wir sogar noch einen zweiten wiederbeleben. Ich habe halt, wie gesagt, gerade nichts, wofür ich die genau brauche, aber früher oder später wird die Zeit kommen. Und dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn ich sie habe. Abgesehen davon, dass ich die eigentlich dahin schicken wollte, um Steine zu behämmern. Aber Resurrect! Und das ist Olaf. Die heißen bei mir ja hier alle Olaf. Aber ich kann nicht gucken, was er für Wert hat, oder? Work Efficiency, 15%. Wie kann ich die verstärken? Technologies, was können wir denn hier machen? Oh, Zombie Technologies wären wahrscheinlich ganz sinnig. Die Sache ist, ich habe ja schon Zombie Mining. Gut, ich könnte ihn Kohle ranschaffen lassen, aber das will ich nicht. Es muss doch auch irgendwie was geben, bezüglich, dass die da Steine hauen. Kann doch nicht sein, dass ich das selber machen muss. Was wäre das denn für eine Zumutung? Ich habe auch Cororing. Bringt mir aber auch nichts. Irgendwie muss das doch an diesem einen Stein da gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da nicht geht. Sonst müsste es ja eine Steinmine geben. I need an Axt. Warum habe ich keine Axt? Muss ich hier vielleicht die Dinge aus dem Weg schaffen? Vielleicht den Baum auch, dass dann irgendwie ein Schild auftaucht oder so. Anscheinend brauche ich erstmal eine neue Axt. Was brauche ich dafür? Ich habe alles dafür. Nice. Ach, naja, gut. Gehen wir erstmal zur Taverne und bringen die Statue da weg. Können wir auch ein bisschen das Inventar ausleeren. Oh, Gary. Ich habe alles, um ein Kabinett zu bauen. Und das Kabinett der Kuriositäten. Für alle, die es nicht kennen, eine wunderbare Serie auf Netflix. Das ist, alles andere muss ich aufbauen. Aber das Ding, das steht hier einfach so. Kraft vor allen Dingen. Jetzt kommen sie alle an, ja? Das hat ihr Interesse geweckt. Hoffentlich kriege ich jetzt mal ein bisschen Geld hier durch die Taverne. Auch wenn die immer noch nicht mal einen Stern hat. Naja. Wenn vielleicht auch daran liegen, dass hier sonst nichts ist. Nur dieses eine Kabinett mit dieser einen Statue. Das hat ja nicht doch mal eine super Taverne. Es gibt nicht mehr was zu trinken. Außerdem ist der Barkeeper aus Holz. Mit einem Geist, der diese Marionette kontrolliert. Hellig normal. Also ich meine, dafür würde ich eigentlich sogar auch Geld bezahlen, wenn ich sowas hören würde. Nur ich würde es wahrscheinlich nicht für Legit abstempeln. Aber naja. So, und das Alchemie-Rezept, das können wir doch bestimmt lernen, oder nicht? Use. Protection Potion. Okay, nice. Ich werde das wahrscheinlich nie verwenden. Weil ich eigentlich so der Typ bin in solchen Spielen. Ich verwende nie irgendwelche Potions oder so, die mir mein Leben erleichtern. Ganz selten mal. Aber nice. So, wenn ich diesen Baum jetzt hier fälle, ist da ein Schild hinter oder drunter oder so. Antwort ist nein. Ach, ist das nervig. Guck mal, so macht man das. So kann man zwei direkt gleichzeitig tragen. Das Ding ist voll. Das ist scheiße. Dann craften wir, keine Ahnung, noch ein paar Flitsches und Bodenbeams oder so. Bestimmt niemals schlecht, das zu haben. Und bevor der Zom wieder wiederkommt, ist schon wieder eine Leiche, packe ich die Sachen hier schnell rein. Der kann mich dann mal. So, dann kümmern wir uns zurück um die nächste Leiche und morgen ist Snake da. Aber das Snakeronomicon, davon bin ich auch noch ein bisschen entfernt. Buddy. Das haben wir hier so. Und der ist auch nicht schlecht. Blut entfernen. Ich habe keine Energie mehr. Warum? Naja, gehen wir halt schlafen. I'm so refreshed. Gut. Die Leiche ist in der Zwischenzeit wahrscheinlich komplett verrottet, aber egal. Ach naja, anscheinend ist mit ihr fast gar nichts passiert. Ja, die Leiche können wir auch direkt wieder beleben. Und die nächsten Leichen können dann von mir aus alle erstmal begraben werden. Ich beschwöre dich aus den tiefsten der Hölle wieder hervor. Olaf. Ähm, welcher ist jetzt wer? Der hat 15%. Und der hat auch 15%. Okay. Also wird man noch irgendwas anderes machen können, damit die mehr Efficiency haben, außer halt die Totenschädel. Was mache ich jetzt mit denen? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob man bei Technologies hier irgendwas erforschen kann. Inborn Blacksmith. You like to work with red hot iron. Hammering relaxes you. And when the work is done, you always manage to find time to make extra nails. Gut, klingt jetzt nicht so spannend. So ein neues Prayer wäre halt vielleicht mal nicht schlecht. Das hier zum Beispiel gibt 25% mehr Money, 25% mehr Faith. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie noch irgendeinen anderen Effekt hat, aber keine Ahnung. Vielleicht sollten wir echt mal auf ein anderes Faith-Ding hier gehen. Zum Beispiel Money. 50 bis 150%. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Und es gibt immer extra Silber. Ich verstehe diese Werte nicht so ganz, wie die genau gemeint sind. Und da ist auch noch irgendwas anderes, was abgeschnitten ist, was ich nicht so richtig lesen kann. Aber ich glaube, das hier erlernen wir mal. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wo wir diese genau erlernen können. Oder craften können, ehrlich gesagt. Aber da steht hier irgendwas von Desk. Das Problem ist, Desk kann vieles sein. Das Problem ist, Das Problem ist, was wir noch nicht so schlechtes Hoo Valley. Ich glaube, Tschüss. T Tschüss. Tschüss. Tschüss.